Was brauchen deine Kunden heutzutage in diesen unsicheren Zeiten von Inflation, dem Ukraine-Krieg und unberechenbarer ständiger Veränderung am allermeisten? Was ist dein unternehmerischer Reifegrad? Wo stehst du gerade? Wie zufrieden sind deine Kunden wirklich? Herzlich Willkommen CX Tuning Hacks, ich bin Peggy, Peggy Amelung. Alle Marken wären gern Love Brands, doch die wenigsten sind es. Von mir erfährst du alles über Customer Experience, das richtige Kundenmindset und wie du mit einfachen Hacks wertvolle Lebensmomente für deine Kunden schaffst. Buenos Dias aus dem Podcast-Studio hier in Barcelona. Volles Sommerambiente. Es ist so heiß, es ist unfassbar, aber da geht es ja allen so. Ganz Europa, echt unter der Sommerhitze. Wir machen das Beste draus und gehen gleich in das heißeste Thema des Herbstes. Und zwar habe ich schon mehrfach davon gesprochen und heute gibt es endlich die Einzelheiten. Und zwar rede ich vom Briefing Customer Executive Modus Workshop in Nizza, dieses Jahr 2023 in Frankreich. Frankreich, genau. Dazu eine kurze Geschichte. Du kennst sicher Ova Winfrey, die amerikanische Moderatorin, Unternehmerin, wenn nicht die erfolgreichste Entertainerin in Amerika. Sie hat in über fünf Jahrzehnten mehr als 37.000 Menschen interviewt. Und sie selbst wurde einmal gefragt, was fragen denn alle Interviewpartner als erstes, wenn die Show vorbei ist oder vorbei war. Sie macht ja jetzt nicht mehr diese Interviews. Also wenn die Interviewpartner von der Bühne kommen und mit dem Vorhang auch die Anspannung runterfällt, was fragen die da alle? Und die Antwort war ganz einfach. Ova Winfrey sagte, die fragen eigentlich alle nur, how was I, how I was doing, wie war ich? So und jetzt fragst du dich, was hat das mit dem Briefing Customer Executive Modus Seminar zu tun? Es hat damit zu tun, dass in unserem Workshop es um dich geht. Wir haben ein unglaublich spannendes und vollumfängliches Angebot für dich. Mit der einmaligen Zusammenarbeit zwischen mir und Dr. Stefan Wachtel. Normalerweise arbeiten wir ja jeder für uns in unseren eigenen Branchen, in der Rhetorik und ich in der Customer Experience. Aber die einmalige Chance, einmal im Jahr machen ich und Stefan das Briefing Customer Executive Modus Seminar. Und zwar um euren Business und eure Geschäftsbereiche radikal zu transformieren. Und zwar dich in deiner Rolle, in deiner Rolle als Unternehmer, als Führungskraft, entweder im Unternehmen, auf der Executive Ebene oder im Sales und Marketing auf ein nächstes Level zu bringen. Es sind zwei volle Tage. Wer die VIP-Variante bucht, der bekommt auch noch den Vorabend mit dazu. Mehr dazu dann auch später. Aber jetzt die Frage nochmal ganz klar. Warum sollst du an diesem Zwei-Tagen-Seminar in Nizza, wo es um Rhetorik und Customer Experience geht, teilnehmen? Du sollst daran teilnehmen, wenn du dich hier in dem, was ich gleich sage, wiederfindest. Du bist müde vom ewigen Wiederholen in Meetings, den langen Reden ohne Inhalt und von dem Hin- und Her-Argumentieren mit deinen Mitarbeitern, die sich an Ideen eher festbeißen, anstatt sie kreativ umzusetzen. Du bist ungeduldig. Du willst schneller mit den Themen der Transformation vorankommen. Du willst die in deine Arbeitsbereiche integriert haben und umsetzen. Und du willst einfach schneller zum Ziel kommen. Du weißt, nicht der Stärkste überlebt, nicht einmal der Intelligenteste, sondern derjenige, der sich am schnellsten einem Wechsel anpasst. Charles Messier. Wenn das alles auf dich zutrifft, dann solltest du jetzt nachdenken und vielleicht überlegen, dass du an dem 14. und 15. Oktober zu unserem Workshop kommst und zwar nach Nizza. Denn du weißt eventuell auch ganz genau, dass sich alles in der Zukunft um den Kunden auch im Business-Kontext tritt. Und du fragst dich, wie eben kundenkonzentrierte Prozesse noch effektiver umgesetzt werden können. Du fragst dich, sind deine Kunden wirklich begeistert? Kann ich wirklich schon auf dem Level von Apple und Amazon meine Kunden abholen und sie vollends zufriedenstellen? Du fragst dich, wie werde ich zu einer Marke, die von Kunden wertgeschätzt wird und die richtig, richtig treu sind, loyal in Kundenaugen? Du willst schon lange eine Markenbotschaft an deine Kunden senden, die Emotionen weckt und tiefes Vertrauen auslöst? Also wir können dich nicht heilen, wenn du Angst hast vor Schlangen oder vom Fliegen. Das kann auch Stefan nicht. Aber Stefan kann dir helfen, deine Angst vor öffentlichen Auftritten ein vor allemal dir zu nehmen. Dr. Stefan Wachtel, einer Deutschlands erfahrensten Rhetorik-Trainer, in DAX-Kreisen und in DAX-Unternehmen bestens bekannt, begleitet dich an zwei Tagen. Er setzt mit dir um, formuliert und praktiziert das freie und kraftvolle Reden, egal vor welchem Publikum. Er zeigt dir das Zielsatzprinzip und wie du authentisch in deiner Executive-Rolle brillierst. Das macht Stefan übrigens nur einmal im Jahr und zwar im Briefing-Customer-Executive-Modus-Seminar. Ansonsten ist Stefan nur individuell buchbar. Also, wenn du sagst, ja, das bin ich, ja, meine rhetorischen Qualitäten, vor allen Dingen, wenn ich in öffentlichen Rahmen rede, das kann verbessert werden, dann wäre vielleicht hier jetzt der zweite Moment, wo du sagst, ja, was mache ich denn eigentlich am 14. und 15. Oktober in diesem Jahr? Ich schlage vor Frankreich. Wir beide, ich und du, wir kommen jetzt zur Customer Experience. Wir befassen uns nicht nur im Allgemeinen mit der Customer Experience, mit dem Kundenerlebnis, sondern wir gehen in die Tiefe. Was brauchen deine Kunden heutzutage in diesen unsicheren Zeiten von Inflation, dem Ukraine-Krieg und unberechenbarer ständiger Veränderung am allermeisten? Was ist dein unternehmerischer Reifegrad? Wo stehst du gerade? Wie zufrieden sind deine Kunden wirklich? Und wie setzt du möglichst effektiv das CX-Tuning-Prinzip, bestehend aus fünf Schritten, um? Das CX-Tuning-Prinzip garantiert langfristig glückliche Kunden, weniger Konflikte und mehr Umsatz für dich. Das bedeutet eindeutig weniger Stress, weniger Kosten und mehr Zeit auch für dich selbst. Denn was wirklich zählt, ist der Erfolg bei deinen Kunden. Und weißt du, was jetzt noch das Beste dabei ist? Unser exklusiver Workshop findet, wie gesagt, im wunderschönen Frankreich statt, in Nizza. Es gibt nichts Besseres, als am Mittelmeer aufzuatmen und neue Ufer zu entdecken. Diese einzigartige Gelegenheit wird dich aus der Routine holen und dir garantiert einen frischen Wind für dein Leben, für dein Privatleben geben und für dein unternehmerisches Denken und Handeln. Das ist garantiert. Stell dir also vor, wie ihr durch unsere Expertise zur absoluten Lieblingsmarke eurer Kunden avanciert, mit gezielten Kommunikationsstrategien, die wir speziell für eure Unternehmen entwickeln, dann direkt im Workshop, wie ihr eure Kunden erreicht, direkt ins Herz mit ihnen sprecht, auf emotionaler Ebene und so dauerhaft in Erinnerung bleibt. Und da ist es egal, ob wir hier von B2B oder B2C sprechen. Ihr schafft so loyale Kunden, die euch treu bleiben und euch weiterempfehlen. Endlich! Wir setzen gemeinsam die Segel für eine umfassende Transformation eures Unternehmens, die bei dir beginnt. Doch damit nicht genug. Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter und machen euch zu wahren Meistern der Kommunikation. Ich kann das aus Erfahrung sagen. Das Zielsatzprinzip wende ich, seitdem ich Stefan kenne, in jeder Kommunikation an. Schriftlich oder auch mündlich. Also, deine Rede und Antwort werden so wirkungsvoll sein, dass du nicht nur Kunden, sondern auch dein Team und deine Geschäftspartner und Partnerinnen für deine Ideen begeistern kannst. Du wirst lernen, wie das Zielsatzprinzip und die Trichtermethode deine Rhetorik revolutioniert und du einfach in jeder Situation brillant performst. Deine Botschaften, die werden überzeugend rüberkommen. Und die werden eben nicht, wie uns das gerade unser Kanzler vormacht, nach dem Olaf-Scholz-Prinzip vermittelt. Also, und genau auf solche handfesten, praktischen Beispiele wird Stefan auch in unserem Workshop eingehen. Du lernst von Profis. Wir werden dich dabei unterstützen, eine mitreißende Markengeschichte zu entwickeln, die eure Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen in den Bann zieht, denn diese emotionale Bindung wird eure Marke unvergesslich machen. Und das ist das, worauf wir heute den Fokus legen dürfen, wenn wir Kunden erreichen wollen, wenn wir diese sogenannte Kundenbindung auch auf emotionaler Ebene erzielen wollen. Emotionale Intelligenz gilt als Kernkompetenz und ist entscheidend für Erfolg. Das limbische Gehirn steht immer mit im Ring. Das denkt daran. Hier nochmal zusammengefasst deine drei Key Takeaways, falls du dich für den Workshop in Nizza, dem Briefing Customer Executive Modus, am 14. und 15. Oktober entscheidest. Erstens. Du kommst in deine Executive Rolle und kannst sicher, klar und wirkungsvoll deine Message in die Businesswelt senden und kommunizieren. Dank unserer Expertise und praktischen Übungen wirst du zum echten Kommunikationsprofi. Deine Präsentationen und Gespräche werden auf den Punkt sein und deine Zuhörer beeindrucken. Zweitens. Du bekommst die aktuellsten Techniken in Rhetorik und die aktuellsten Trends in der Customer Experience. Und zwar die, die für Transformation heute wichtig sind. In der sich ständig wandelnden Geschäftswelt ist es entscheidend, immer am Puls der Zeit zu bleiben. Wir zeigen dir neueste Trends und Techniken, damit du euer Unternehmen erfolgreich transformieren kannst. Du wirst als Gewinner aus der Transformation hervorgehen und eure Mitbewerber hinter euch lassen. Drittens. Du bekommst wertvolle Tools an die Hand, die langfristig mehr Umsatz und Kundenzufriedenheit sichern. Warum? Weil sie dir beim Umsetzen helfen. Unsere Strategien und Werkzeuge, wie das Zielsatzprinzip und das TX-Tuning-Prinzip, werden dir helfen, nachhaltige Erfolge zu erzielen. Also, melde dich an. Die Plätze sind limitiert für 2023. Das nächste Briefing-Executive-Modus-Seminar gibt es erst wieder 2024. Nur bis zum 15. September gibt es die Tickets mit Rabatt. Und ja, auch das exklusive Einzelcoaching mit mir oder mit Stefan ist da dabei. Also, melde dich jetzt an unter www.customer-executive-now.com Ich habe mit der Ofra angefangen und ich möchte mit der Ofra enden. When you are open to receive them, the possibilities just keep on coming. Das war vielleicht eine Possibility für dich. In diesem Sinn, stay tuned for your customers. Auf zu neuen Horizonten. Deine Peggy und dein Stefan. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute zugehört hast. Vielen Dank. Wenn du mehr wissen willst über das 1 zu 1 Customer Experience Coaching und Mentoring Programm beziehungsweise über die Seminare, wie zum Beispiel Briefing Customer Executive Modus, dann geh einfach auf die Webseite www.amelung-partners.com Und wenn du Teil unserer CX Community werden willst, dann klick einfach auf LinkedIn CX Tuning Hacks oder auf Instagram bei Amelung und Partners dich ins Profil ein. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned für deine Customers. Deine Peggy.